Herzlich willkommen auf der MS GameStar. Sie haben einen Flug gebucht, direkt mit den Traitors und den Innocents vom GameStar-Netzwerk. Hallo Leute, wir spielen wieder Trouble in Terrorist Town. Los geht's. Hallo! Hallo! Ich bin Detective! Innocent. Ich bin Enno. Fischkopf ist es. Was? Doch, ich bin allein bei Dardosh, allein bei Dardosh und ich hab meine Mütze noch nicht auf. Ich hab ne schlechte Waffe. Wer ist das hier? Wer ist das hier? Marv! Wenn ich jetzt wirklich nix mehr sage, ist es Dardosh. Dardosh, hau ab. Aus dem Raum raus. Aus dem Raum raus. Lass die Shotgun da liegen. Die hab ich dir ja gerade hingelegt. Das braucht keine. Wo? Ja lass die liegen. Ich will die Shotgun. Grenz. 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 Jetzt verschwinde aus dem Raum. Du darfst an die Tür gehen. Grenz, das will der hier. Geh weg. Da die Granate liegt. Da darfst du hin. Grenz ist so komisch ruhig. Jemand hat in den Fahrstuhl gerufen. Hey. Wo ist der jetzt Grenz? Ey. Pflanze, lass mich an. Pflanze, lass mich an. Der hat mich ein wenig teleportiert. Okay. Geht wieder. Wo ist denn Grenz jetzt hin, Leute? Grenz ist verletzt. Ja, das hab ich gesehen. Au! Wo ist die Sau? Dardosh hat auf mich geschossen. Ach, das ist jetzt Quatsch. Was ist denn das für ne Web? Ich hab's aber gehört, Dardosh. Ja, ich hab die aber schießen gehört. Da ist Fischkopf. Die Grenz ist jetzt noch mehr verletzter. Da ist Dardosh. Der hat auf mich geschossen. Dardosh ist bei mir allein im Raum. Hm. Bist du ruhig? Dardosh verfolgt mich. Dardosh verfolgt mich. Jaja, ich bin hier unten eingesperrt. Ich hätte dich schon lange töten können. Hättest du nicht. Ich bin viel besserer Schütze. Ja. Lass mich raus, Fischkopf. Wo ist Marv? Bin unterwegs. Marv ist Bombe lebt. Wenn Marv tot ist. Ah, da war jemand. Ach, das Dardosh. Ist Marv tot? Nein. Da liegt, da liegt drei Stücke. Wo ist ein Dardosh hin? Ach, hier. Wenn ich tot bin, ist es Grenz ist. Ich hab aber noch seinen Kopf im Visier. Ich kann mich noch wehren. Ich bin auch bei Gran. Marv ist jetzt noch am Leben, oder was? Ja. Natürlich lebt Marv noch. Ja. Ey. Einer ist hier unter uns. Er ist am Fahrstuhl. Der Bombe. Wer ist das hier? Nein, das ist keine Bombe. Das ist doch für ein komischer Sound. Flächend Radio. Nein, überlegst du doch, ob du abdrückst. Was ist das denn hier? Was ist denn das hier? Das ist kaputt. Wer ist denn das? Wer ist da? Ihr seid alle auf einen Flick. Grenz ist auf jeden Fall. Grenz ist auf jeden Fall. Dalu, lebst du noch? Ok, Grenz. Keiner verlässt mich. Sehr, sehr verdächtig. Kann ich hier rauskommen. Traitor bleiben da drin. Oh nein, der Traitor hat ja aber diese Aktivierung für die MGs. Wow, what? Was geht ab? Was schießt denn da drin? Der Traitor hat die MGs erschaffen. Wie geht das denn? Ich schieß auf das Ding. Krasser Scheiß. Ja, ich schieß doch auch um das Ding. Der Fahrstuhl kam hoch, der Fahrstuhl kam hoch, Dadosch. Ja, 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 ich bin drin mit Grenz. Oh mein Gott, ich bin allein mit Dadosch. Wenn ich jetzt sterbe, ich singe. Wer ist denn jetzt? Ich glaube es ist Marv. Also wenn ich meine Schlussfolgerungen hier richtig zusammen kombiniert habe, ist es Marv. Der ist neben mir. Ah, er schieß auf mich, er schieß auf mich, er schieß auf mich. Ja, so eine Shotgun wäre schon gut gewesen, ne? Alter Marv, ey. Ich wollte dich nur ein bisschen nervös machen. Die ganze Zeit neben dir, der Sauber. War mir klar, dass Marv es ist. Warum? Ich hab doch überhaupt nichts gemacht. Aber mein Karma ist schon im Arsch, durch die Aufwärmrunde. Ja, ich hab dich gewarnt, ey. Ja, kann ja keiner ahnen, dass du wieder aggressiv wärst. Ich hab ja nicht aggressiv, ich hab gesagt, ich bin's nicht. Und dann hast du gesagt, ich erschieß dich. So im Arsch ist dein Karma nicht. Du hast 1% weniger Damage. Ja, aber ich hab minus 3 Punkte und ich war sonst immer der Punktelord. Der Punktelord. Hast du am Ende doch das Scoreboard bearbeitet oder was? Kann ich hier rein? Ja klar, immer mit Funkenstoff. Ne, mit Pain. Immer dasselbe eingeblendet. Ich bin Inno. Inno. Ich bin Inno. Ich bin mein Fischkopf. Fischkopf ist Traitor. Fischkopf ist Traitor. Da du zielt auf mich, obwohl ich Detective bin. Da du ist es. Ich geh hier zum Detective. Oh mein Gott. Ich bin allein mit dem Auf. Alle Leute müssen in diesen Raum rein kommen. Fischkopf wurde erschossen, Dalu. Ich war es nicht. Du hast es gesehen. Hier ist Blut und ich hab nicht geschossen. Mach auf. Wieso wollen wir raus? Ich hol die Leiche rein. Warte. Nimm den DNA-Scancer. Da kannst du sehen, wer ist. Komm rein. Scann ihn. Okay. Das mach auf. Ich halte die Tür zu. Scann ihn. Warum hältst du die Tür zu? Ich will da auch rein. Weil du schon wieder Traitor bist. Er will rein. Er will rein. Er will rein. Töte ihn. Was hat der Scanner gesagt? Gar nichts irgendwie. Doch. Du musst den Scanner auf die Leiche richten. Dann siehst du, wer ihn gekillt hat. Hab ich. Der hat eine Shotgun. Er wurde mit einer Shotgun getötet. Da steht nicht auf ihn getötet. Was? Also da war mein Bild angezeigt. Aber der hat mich doch gar nicht ge... Da hinten soll der Traitor sein. Da hinten. Jetzt verstehe ich's. Ah, da hinten wird mir das DNA angezeigt. Hier? Geradeaus. Ich glaube da ist der Traitor. Das könnte eventuell gut sein. Ah, doch. Wasch. Ich schlafen gelegt, Fisch. Scheiße, Mann. Wie hat der mich denn jetzt erwischt? Ey, du hast gar nichts mehr. 100 HP noch. Ja, ja. Deswegen bist du auch so schön rot, ne? Ach da, du. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich hing aber auch immer mit dem Rücken irgendwie fest. Aber der DNA-Scan hat diesmal geklappt. Mir wurde dann angezeigt, wo dadurch sich aufgehalten hat. Jaja, das geht nur bei Leichen. Das ist ja cool. Okay. Das war krass. Deswegen, der Traitor muss eigentlich den Detective als erstes killen. Das war echt krass. Ja, das war eine relativ einfache Runde für mich, muss ich sagen. Also, learn to play, Jungs, ne? Ja, ich guck da da oben. Learn to play. Wer hat mich gehauen. Warte. Ich glaub, Fischkorb ist es. Oh, ich bin Detective. Ja, besonders in der Preparation. Warum krieg ich hier keine geile Waffe irgendwie? Oh mein Gott, ich brenne. Brennen wir nicht alle. Ich bin unbesiegbar. Ich bin Detective, genau. Detektiv. Das ist ein Hut auf der Hallo, schnell. Detektiv. Ich bin bei Dardosch. Ja? Hallo. Wieso ist schon wieder jemand gestorben? Welcher Fall denn? Ja, es wird jemand sterben, ich weiß das. Der Durchfall. Der Durchfall. Ich will den Fall lösen. Sehr engagierter Detective, muss ich ehrlich sagen. Ich hab nur ne Sniper und Dardosch ist hier. Arf ist alleine bei mir, hallo. Ja, ich beschütz dich. Ne, ne, Traitor. Vor dem Traitor. Also, Fischkorb, ich hab ne Bombe, wir müssen die gleich suchen. Ich bin jetzt hier bei euch gleich. Hoffe ich bei euch. Ja, ja, lass hin. Wo hast du gezündet? Zeig mir die Bombe, Fischkorb. Das ist jetzt hier. Ist der Fall gelöst. Keine Bombe. Ist der Fall gelöst. Keine Bombe. Ich hab ne Smoke Grenade. Soll ich die mal werfen? Ich werfe jetzt nach unten. Damit ihr merkt. Marf ist wieder hier. Marf hängt immer hier an meinem Rock Zipfel. Ich hänge immer an meinem Rock Zipfel vom Detective. Ich glaub Dardosch hat durch, weil der ist schon 5 Minuten auf dem Klo. Das hört sich auch nicht gut an, was der hat. Ich glaub der hat ein bisschen zu viel Eisen gefüttert heute. Alter. Der Traitor. Der Traitor ist. Hab ihn. Ahhhh. Der Löse im Fall alleine. Dann wollt ihr die Luke aufmachen. Ja, ich wollt mal die Luke machen, weil die alle gerade so schön hier standen. Aber warum ging das nicht aufgegangen? Wie macht man die auf? Weiß ich auch nicht genau. Ja, hier drauf und dann auch eh, oder? Vielleicht dauert das einfach einen Moment oder so. Ah, direkt gesehen. Direkt gesehen. Da drückt dabei, weil ist der Schalter rot. Da muss sie aus. Ich hab keine Shotgun mehr. Mit einer Kugel. Dann wirst du rausgezogen. Weil die Tür sich dann öffnet und durch den Unterdruck. Krass. Das finde ich gut. Eine gute Idee auf jeden Fall. Ha, doch. Ah ne, aber Dalu, das war gar kein Dingens. Das kann jeder machen. Nein. Doch, guck mal. Ich bin Detective. Innocent. Ich kann es aber auch machen jetzt. Ja, aber warum sollte das jemand? Ich bin Detective. Dalu. Was geht ab? Da. Wer war das? Grenz. Nein, nein, das geht nicht. Da passiert nichts. Also komischerweise. Und was muss ich jetzt kaufen, damit ich diese Leichen testen kann da? Den kann ich den DNA-Scanner hast du schon. Marf ist nicht hier. Ja, ich hänge hier hinten fest. Upsi. Überprüfe, ob es stimmt. DNA-Scanner. Ah, da. Dalu läuft hinter dir her, pass auf. Da ist er. Er steckte gar nicht fest. Ja, ich steckte fest. Schaust dir meine Aufnahme an. Dalu hat dir eine Granate her, schmeißt du wieder eine Granate? Der Geschwindigkeit. Dalu ist es. Wegen der Trägheit der Masse. Dalu ist es. Dalu ist es. Random Kill, ey. Der hat hier eine Mikrowelle. Der wird doch wieder Leute mit töten, ne? Kannst du mal die, kannst du mal, ich die Mikrowelle hin. Gib mir, komm, gib mir die Mikrowelle. Ich hab die nicht. Doch, Grenz hat die. Grenz hat die. Grenz? Ich hab die Sniper in der Hand. Grenz? Marf? Was kann ich auch richtig schauern? Au! Dalu hat mir wehgetan. Was ist das denn hier? Dalu will mich ja mal töten. Kann ich mir den Sunstick machen? Wo ist die Hits? Den darfst du nicht kaufen. Wieso ist das hier eigentlich so durchsichtig? Ist das bei euch auch? Das ist nur beim Traitor so. Oh mein Gott, ich bin Traitor. Fischkopf. Grenz ist es. Dalu schießt auch diese ganz roten Daumen. Grenz ist es. Wann schießt du denn, Marf? Darf ich auf Grenz schießen? Weiß ich noch nicht. Wenn ich den Terrorist finde. Hier hat jemand geschossen. Das war Dalu mit der Diegel. Dalu ist weg. Ich bin tot. Du bist tot. Ja genau. Ich darf nix mehr sagen. Dalu ist es immer. Ich bin ein bisschen verwirrt. Hier ist Dalu auf dem Klo. Ich werf ne Brandgranate nach ihm. Nein. Bei Dalu. Sehr suspect der gute Mann. Dalu ist weg. Ich bin hier. Granate. Da hat jemand ne Granate gewonnen. Er hat ne Bombe gelegt oben. Wer hat da geschossen? Dalu hat noch ne Bombe gelegt. Ich hab nichts gemacht. Das. Jetzt kommt er mit der Wehr. Alter. Junge. Dadosch. Ich hab nur noch 20 HP. Vertraut nie einem Dalu Card. Dadosch ist es. Der neue Song von Dadosch. Jetzt auf finest German LP. Dadosch hat der Shotgun in die Hände geschmissen. Er ist es. Weil ein Traitor Shotgun ist. Ich hab nichts. Boah irgendwie. Glaub ich Dadosch ist es. Das geht jetzt nicht. Witz aber nicht. Er hat meine Shotgun. Grenz ist es. Grenz ist es. Wo ich jetzt die Bombe legen kann. Ich schieße jetzt auf Grenz Leute. Nein du bist Detective. Bitte nicht. Na und? Na und? Auf meinem Herz. Oh mein Gott. Pass auf Grenz. Du musst dich jetzt opfern. Du musst dich jetzt opfern. Wenn du es nicht bist. Musst du das hinnehmen. Dass ich dich jetzt töte. Äh Mark lebst du noch? Dann wird die Granate fallen gelassen. Fischkorb. Okay ich bin bei Dadosch. Ich bin bei Dadosch. Ah. Hier ist nötig. Es ist explodiert. Alter. Dadosch. Na überlegst du dir was? Grenz ist es. Er hat die Brandgranate geworfen. Nein ich hab die noch in der Hand. Ey Dadosch killt mich jetzt gerade. Jetzt ich liege hinten am Ende des Flugzeuges in der Business Class. Er hat noch 60 HP. Er schießt weiter mit der Diegel auf mich. Das Blut an der Scheibe ist meins. Du wirst dich töten. Ich bin hier eingesperrt auch mit ihm. Türen sind zu. Ich muss kotzen. Ich bin hier bei Dadosch. Aber die Business Class ist doch gleich am Anfang oder nicht? Hat Fischkopf erst von mir abgehauen. Ich lebe noch, aber Dadosch verfolgt mich. Ich bin hier im Traitorgang abgehauen. Ich bin hier. Dadosch killt mich jetzt ab. Er wird mich jetzt gleich töten. Was ist denn da los? Ich komm jetzt wieder nach vorne gelaufen. Vielleicht schau ichs noch. Ich bin schon an hier vorbei. Wer liegt denn da? Da hinten ist Dadosch. Ich bin jetzt vorne. Ich bin vorne. Seht meine HP. Seht meine HP. Und Dadosch ist noch voll. Marv lebst du noch? Ja ja. Ich bin noch da. Ich hab nur noch 12 HP. Das ist wieder so geil. Warum? Alle sind verwundet außer Dadosch. Ich bin auch verwundet. Hey! Wer hat mich eingesperrt? Da! Marv ist es! Ihr habt mich eingesperrt! Marv hat uns hier eingesperrt. Ja wieso euch eingesperrt? Hier ist er. Ihr habt mich eingesperrt. Was macht der Detective denn? Der Fall muss gelöst werden. Ich glaub... Wer verrät uns denn? Es ist Dalu. Es ist Grenz. Es ist Dalu. Okay es ist nicht Grenz. Es ist... Es ist Dalu. Er wird sich immer abseits um ne Bombe legen. Ich glaube... Ah! Warte mal! Warte mal! DNA Sample! Geht er weg! Ja natürlich doch! Die DNA, dass Marv ihn erschossen hat! Tide Body! Grenz! Ja! Marv hat ihn zugemacht! Marv! Shit man! Hab doch vorher schon gesagt, Marv hat er zugemacht! Ich verstehe das Ding nicht! Ja! Was macht das? DNA Scanner? Da muss man da drauflegen? Dann zeigt er an, wer ihn da umgebracht hat! Nö! Ne! Fischkorb, da kommt dann so ein... Irgendwo muss so ein gelber Punkt sein und da ist der Mörder zu dem Zeitpunkt. Hält er sich genau dort auf. So ein bisschen wie das Radar. Ah! Okay! Ich verstehe! Wie ihr mich auf 12 runtergeschossen habt, ey! Ja, das war ich! Wieso wir? Fischkorb! Ja! Ich kann mir ganz sicher nix mal machen, ey! Weil er da Dingens war! Aber du hast auch ne Brandgranate geworfen, oder nicht? Ich wusste nicht, dass die irgendwann in der Hand explodiert! Ich wusste nicht, dass die irgendwann explodiert! Mir leid, ich bin Noob in dem Spiel! Dino! Dino! Dalu ist es! Ich hab's aus der Nacht immer rausgehört! 100% Dalu, ja! Ey, wurde ne Granate hochgeworfen! Einer hat ne Granate nach oben zurück! Ja! Wir sind bei Grenz! Wer ist Detective denn? Marv! Die Brenz! Ey! Wer schießt auf mich? Dalu schießt auf mich! Dalu ist Traitor! Ah! Ich brenne! So! Dalu! Ich glaub Fischkorb ist es! Dalu! Aua! Dalu! Hast du grad was nach mir geworfen? Dadosch! Hast du nicht gehört, dass da oben schon alle abgeknallt wurden, Marv? Das heißt ja nix! Okay, wer ist das hier? Es ist Fischkorb! Leute, ich habe Dadoschs Leiche gefunden! Marv hast du noch da? Sieht man ja jetzt oben rechts! Richtig? Nicht! Und Dalu tut so, als wenn er tot wäre! Dann könntest du sehen, wie viele Leute noch leben! Brauchen wir jetzt noch reden? Mit mir vier! Fünf! Ne, vier! Fünf! Ne, dadurch ist es doch schon tot! Aber hier wird einer angezeigt! Ja, schon mal in der Fall ist der! Gernst, Marv! Ich bin hinter euch! Aber dann ist es wahrscheinlich Dalu-Kart! Ja, natürlich ist es Dalu-Kart! Schüsse, tot und... Also Marv, du siehst noch vier andere! Äh, drei andere! Ah! Ah! Das war ich nicht! Was war das denn jetzt? Das war ich wirklich nicht! Sicher? Du bist der einzigste, der hier ist und der ist einfach gestorben! Er ist in Gang gerannt und er war tot! Ja! Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher! Es ist mir egal, ob du mir deine Waffen gibst! Das ist... Du bist der einzigste! Ich bin Detective! Ich bin grundsätzlich nicht bestechbar! Ey, er ist einfach weggefetzt! Warte! Ich glaub, die MG ist an! Dann lass mich hier nicht im Raum allein! Alter! Ich hab keine Ahnung, was da passiert ist! Aber dann muss es ja Dalu sein! Aber er ist... Hast du das Radar gekauft? Ja! Wo ist er? Seh ich nicht! Vielleicht hat er das Dingens gekauft, das Anti-Radar! Oder er ist einen Stock über uns! Ja, aber dann musst du ja trotzdem den Punkt... Oh Gott! Hier hängt Dardosch! Und Dalu kann das auch da oben! Da ist er! Da oben! Dardosch! 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 Dich gut gemacht! Dardosch! 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 Dardosch!